moin aus hamburg herzlich willkommen es ist freitag der 13 september und ja es ist eine sehr sehr turbulente woche gestern haben wir in der ecb eine zinssäckung gesehen und ich würde gerne mit euch mal diese woche im traders club 24 zumindest in der vormittagssession mit mir einmal durchgehen was haben wir diese woche getradet wir starten ja immer um 8 uhr 25 und viele teilnehmer die die letzten wochen zu uns gekommen sind als ja als gastrader die uns über die schulter schauen die konnten das vorher gar nicht glauben dass wir ja so eine hohe trefferquote mit unserem box trading haben und der h4 und der tagesstrategie und ich möchte gerne heute mit euch gemeinsam noch mal diese trades diese woche durchgehen ja und starten wie immer erst mal mit dem montag montag den 9 september und wir starten jeden morgen mit dem box trading und das ideale an diesem box trading ist dass wir multiplizieren und das ist ja völlig egal ist in welche richtung der markt läuft hauptsache er macht eine bewegung ja und wir haben in den letzten tagen eine durchschnittsbewegung gehabt im dax von über 200 punkte ja und wir brauchen damit ein eröffnungs trade in den gewinn läuft eine eine gewinnspanne von entweder 15 punkte oder 30 punkte wir sehen hier an diesem trade zwei grüne und eine rote linie was bedeutet das kardus ja wir haben dort eine falle platziert und diese falle hat dann mehr oder weniger hier wurde die platziert erste trade long die kerze hat nicht ausgereicht dann die zweite und bei dem dritten trade ist der trade hier oben in den gewinn gelaufen das war ein sehr ruhiger montag wir haben dort erstmal mit box trading nicht so viel gemacht und wir konzentrieren uns ja auf so eine kurze arbeitszeit das gleiche auch hier am dienstag auch hier sehen wir dass wir die falle platziert haben und der trade erst oben versucht hat auszubrechen dann aber multipliziert haben und wir bleiben mit der long und short position wie gesagt offen bis der trade dann sein sein gewinn ziel erreicht hat durch ein geschicktes multi ja multiplikations verfahren dann gehen wir rüber zum 11 september das war der donnerstag haben wir ein bisschen mehr getradet ja beziehungsweise der mittwoch und hier sehen wir dass wir die falle hier platziert haben und hier haben wir insgesamt drei trades gemacht an dem bereich einmal short und zweimal long und dieser trade hier ist dann auch noch mal short gewesen ist auch in den gewinn gelaufen insgesamt in drei trades bei der markteröffnung dann jetzt zu dem donnerstag da haben wir klassisch die markteröffnung getradet auch hier sehen sie erst das short trade dann läuft hier oben das multiplikations verfahren diese long order wird größer gewichtet und dieser trade wird hier auch geschlossen also auch hier in den gewinn gebracht und heute an dem 13 was soll ich sagen haben wir auch zwei trades gemacht einmal markteröffnung und eine der premium boxen der vola box auch dieser trade ist in den gewinn gelaufen sie sehen die ganze woche alle eröffnungstrades sind in den gewinn gelaufen mit einer trefferquote von 100 prozent so das ist jetzt nicht spektakulär weil wir das seit jahren immer wieder machen das risiko steckt hier natürlich wenn der markt ruhig läuft dann müssen wir als trader natürlich auch aufpassen und dann würden wir einen trade auch stoppen kommen wir jetzt zu den tradern die nebenberuflich gerne traden möchten und sagen ich möchte da ein einstieg gewinnen und lassen uns mal die trade machen anschauen auf den h4 momentum und dort haben wir insgesamt 1 2 3 4 trades diese woche platziert wir fangen an mit dem ersten trade das ist hier der usd schweizer franken hier gab es ein signal direkt am montag das signal wurde und ich zeige ihnen das jetzt mal mit einer linie hier nochmals schöner zu sehen sonne dann diese ks linie das ist ein spezieller indikator aus dem ichimoku raus geschnitten hier eingestiegen und diese kurze bewegung die sie jetzt im chart sehen reichen aus um unser ziel von 0,1 prozent auf das depot zu erreichen und sie sehen der markt ist weitergelaufen ist dann wieder runtergelaufen diesen ausschnitt reicht reicht uns aus 0,1 prozent zusätzlich auf dem depot für diese vier stunden strategie die von uns umgesetzt wird immer um sieben uhr und um elf uhr das sind jeweils vier stunden kerzen der nächste trade ist ein audi neuseeland trade auch hier sehen wir das signal immer die blaue linie dort hier haben wir den kompass die sonne die zeigt uns wir müssen uns long orientieren in diesem trade kurze bewegung nach oben hat ausgereicht auch hier der trade erfolgreich in den gewinn gebracht britisch und kanadisch dollar der nächste auch hier sehen wir dass wir short getradet haben hier haben wir eine rote sonne die zeigt uns dass wir richtung süden treten auch hier ein premium tritt um 11 uhr direkt hier in den gewinn gelaufen diese kurze strecke und der nächste trade ist audi kanadisch dollar auch hier sehen wir in die blaue linie mal als maßstab das war der das signal ich bin ein bisschen besser reingekommen und der trade ist gestern dann mit in den gewinn gelaufen erst ging es runter der stop loss liegt jeweils immer auf der sonne und dann boom ist der markt nach oben ausgebrochen dann haben wir drei tagestrades das heißt wir wechseln jetzt mal auf die trader die also auch da gar keine zeit haben und ich aktualisiere mal und wir fangen an bei den tagestrades gleich mit dem britisch fund us dollar in der fachsprache nennt man ihn den cable und ich werde mal hier aktualisieren es gern läuft noch parallel okay ich hole mal rein und zwar britisch fund us dollar wir sehen es hier wir haben hier eine swing bewegung wir versuchen da umkehrsignale zu traden eine rote sonne diese heiken asche kerze hat uns das short signal gegeben und wir sind hier ausgestiegen 0,1 prozent auch in diesem trade der zweite trade neuseeland usd auch hier sehen wir eine sonne eine geglättete kerze auch hier ist der trade in den gewinn gelaufen und der dritte trade meine damen und herren war ein long trade und zwar im usd kanadisch dollar auch hier sehen wir der trade ist hier in den gewinn gelaufen weil wir morgens diesen trade umsetzen 8 uhr 25 da sind wir sogar ein tippchen besser reingelaufen summa summarum meine damen und herren haben wir eins zwei drei vier fünf sechs sieben swing trades gemacht das würde bedeuten 0,7 prozent plus die tages die box trades die wir platziert haben da sind wir mit über ein prozent diese woche aus dem rennen gegangen wir planen eigentlich in unserem durchschnitt zwei prozent im monat das heißt diese woche war eine außergewöhnliche woche mit fast ein also mit über ein prozent zuwachs auf dem depot das ist aber nichts außergewöhnliches denn wir sind in der besten jahreszeit letztendlich jetzt wieder angelangt nämlich die herbstsaison beginnt wir haben sehr viel volatilität wir haben zinsentscheidung in der nächsten woche am 18 wird die fed voraussichtlich die zinsen signifikant senken signifikant bedeutet dann ein halbes prozent wenn es weniger ist wird es wahrscheinlich eine enttäuschung sein wir schauen mal was der markt nächste woche macht aber es bleibt volatil wir stehen vor den wahlen dort also ein heißer herbst und dafür sind unsere strategien gedacht diese volatilität perfekt ausnutzen bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes wochenende bleibt gesund und wenn ihr fragen habt zur strategie etc besucht uns im live trading raum ja unter www traders club 24 wisst ihr bis dahin und nächste woche bleibt gesund